Whatever Herzlich Willkommen zurück zu Pokémon Simaract Part 19 Wir sind hier in Wiesnflur stehen geblieben Letzte Part, letzte Folge Und wir machen uns jetzt mal auf Erstmal auf die Karte Ups, da war der Beutel Karte Karte Höhe Schauen wir mal ganz kurz Mal bevor da kommen wir her, also müssen wir hier hoch Wir sind von da da hoch Weil hier kommen wir ja noch nicht lang Weil hier dieser Berg ist Der uns Ja, den Weg versperrt durch die Felsen Also müssen wir hier hoch Und dann werden wir da jetzt mal hochrennen Oh Bitte lass mich überprüfen, ob du deine Pokémon auch richtig aufgezogen hast Na dann mach mal Tu dir keinen Zwang an Eine Züchterin Boah So viele Pokémon So viele Pokémon 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 Na das macht ja mal Zubitz Nein Trassler Das macht jetzt mal Trassler Na gut Na gut Super schall Das ist nicht so Verrauschend Konfusion Aquaknarrin dürfte auch nicht Ja Zer wird ja scheiße Oh komm schon Konfusion Komm schon Trassler Schafft er nicht Der haut sich jetzt komplett selber die KB weg Bis Oh Jetzt Trassler Und runhitted Oh fast Wieder Heuler Mein Gott Wollt er damit anfangen Jo Meryl Jo Wechseln Fritz und Blitz Mann Das wird ein langer Kampf Ne 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 Schockwelle Dürfte eigentlich Ins den Tod sein Jo Aber sowas von Goldini Ne Da magst du mich auch nicht Der ist auch ins den Tod Wird die nur Pokémon 11 Level 11 oder was Das ist doch langweilig Instant Tod Uh fast Level 18 Knills Bleib ich dabei Ich hab noch kein Feuer Pokémon Hm Ich muss mal was einfallen lassen Schockwelle Dürfte aber auch eigentlich kaputt sein Boah Nicht so effektiv Na gut Ein bisschen überschätzt Ah Druck zu geben Volltreffer Stachelsprache Boah Paralysieren Das ist immer so So Jetzt einen schnellen Raub Und dann Level 18 Wunderbar Geht doch Zum letzten Level 18 Roselia Komm probier's Trassler nochmal Trassler packt das jetzt Ich glaub ein Trassler So jetzt machst du Konfusion Nein Ja Innere Kraft Konfusion Ach Absorber Nein So zum Kotzen Mal Konfusion los Sehr effektiv Genau deswegen Ich brauch aber einen Trank oder sowas Hab ich sowas noch? Naja klar Vielleicht ein Sintbeer oder so Wunderschön Das sind aber nichts In KB Boah Nein Scheiße Gut Dürfte eigentlich reichen Wenn ich nochmal jetzt 6 abzieht Dürfte eigentlich Ja Konfusion Na gut Macht Wachstum Hat sich das sowieso Gegessen Konfusion Und dann Ist er kaputt Wunderschön Krasser Krieg Boah Level 16 L1 Teleport Ja super Teleport Das bringt mir auch Ja so viel N Neko Ist ein normales Pokémon Lassen wir dran Na man kann versuchen Hm Wunderschön Glück ist mein Trassler Schneller Wunderschön Mich ein bisschen Aber Normalerweise sind so Pokémon immer schneller So Tier Pokémon Irgendwie Oh Drastus Schneller So schnell Ich freue mich Einen so hervorragenden Trainer wie Dich getroffen zu haben Ich hoffe Wir sehen uns Bald wieder Ich will Dich aber Nicht in meinem Bock Und am Verteidigen Haben Pokémon Pokémon Tausch Den Kader Mit Morabu Gegen den Haben wir Nicht gekämpft Oder Doch Wunderbar Gegen den Haben wir auch Gekämpft Ja gut Du wurdest Ne Du Wurdest du Gegen meine Pokémon kämpfen Wurdest Wurdest du Meine Pokémon kämpfen Das ist Döcke Ja Wurdest Sister Blasius Summe Ah schon wieder So viele Pokémon Ah das ist doch Zum Karten Ah das wird Ein langweiliger Part Für euch Zumindest Katz vorher Oh das Boah das hat rein Auf Woher Mein Gott Krats Vorhöhung Unzerstört Florme kaputt What Hau ab Geh Zurück in Dein Pokémon Schwabini Da möchte ich Gerne wechseln Auf Wurzelblitz Eine Schockwelle Und Schwabini Ist kaputt Schockwelle Und Instant Tod Jawel Stolunio Kann ich Einen Schocktode bleiben Schockwelle Vollröver Und Zerstört Jetzt Das Nächstes Oh Für Vielen Dank Ich Gehexen In Kader Na gut Was haben wir denn Da Grad Suche Was haben wir denn Mal Gehexen Mal Gehexen Sehr schön Das stört für wen Gibt immer nicht viel EP, ne Ja, Zickzack macht der auch noch schnell fertig Ich hasse das immer, wenn die so viele Pokémon haben Der Kampf dauert dann immer ewig Oh, noch einmal hätte er zuschlagen und sind dann weggeholfen Na gut, normaler Kratzer wird's tun Sehr schön Wer kommt jetzt noch? Maguita! Wuhu! Er kriegt Draslei jetzt noch eine Chance Sich noch ein bisschen EP zu fahren Wenn der jetzt instant tot ist Kriegt der die EP, wenn nicht, geht er drauf Also Draslei Mach was Wunderschön Super Draslei Spieler besiegt Zichter Blasius Ja, großartige Pokémon, ich weiß Meine Pokémon sind die besten Ah, jetzt ist der auch noch da dran Da oben hab ich nicht gekämpft Aber den hier oben hab ich gekämpft Deswegen lauf ich hier unten lang So, wie geht's jetzt meinem Mam, 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 hier mein Vieh Giminesium 2 Nein, ich will den nicht haben Halt den es So Was können wir hier lang? Können wir erstmal ins Fokus Center Machen wir uns mal wieder Hier steht ein Trainer Ok, hier wird ein Doppelkampf Das wollen wir mal nicht Pokémon Oder doch, komm, machen wir einen Doppelkampf Ein Kader und Rassler Ein Level hoch Dies ist mein Lieblings-Pokémon Zeig mir, wie mein Leben aufregender werden kann Boah, da fällt mir einiges ein Oh, das berate ich hier nicht Sanlan und Rosalia Boah, Level 18 und Level 19 Das ist heftig Das ist richtig heftig Nein 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 Ach, diese Scheiß-Steuerung Jetzt ist ein Gardertod Nein Scheiß Sollte ich lieber so machen Ja Ja, mach Wachstum Ich bin gerade erstmal ein komplett Hältes Leben dort gezogen Jetzt kommt Fusoren und das dürfte aber Damage machen Boah, juckt die nicht Ich komm mir erstmal Rosalia weg Ich mach ein bisschen mehr Damage Aha, da gibt es ein Stachel Da gibt es ein Stachel Das ist mies Okay, Rassler ist tot Mit dem Hang auf Oh, komm weiter, komm weiter, komm weiter, komm weiter Oh Und jetzt klingelt mein Telefon Ich unterbreche mal ganz kurz die Aufnahme und bin gleich wieder für euch da Bis gleich So, nach der kleinen Unterbrechung bin ich hier wieder So, nach der kleinen Unterbrechung bin ich hier wieder Drassler ist Geschichte Na, dafür setzen wir jetzt Garawa ein Aber wie ich gerade sehe, ist Rosalia auch Geschichte Na gut Blutsorger Für so und jetzt ist sowieso, äh Seine Garn kaputt Ja Die Konfusion von Gaiderabre hält der nicht auf Level 1,1 ist schon Psycho-Strahl Aaaaah Psycho-Strahl Teleport weg Psycho-Strahl Psycho-Strahl WTF Boah, geil Psycho-Strahl Ich freu mich grad voll Yay Jetzt gehen wir aber erstmal wieder ins Bukeslandern Damit Drassler wieder fit ist Ja, heil mal ganz kurz Müsste mal sehen, ich hab immer noch 5 Pokémon Wow Hab ich noch nie so gespielt Eigentlich hatte ich immer von Anfang an direkt 6 Jetzt hab ich so mega mal gedacht so Während dem Let's Play Da hab ich so gedacht, hm Wär doch eigentlich mal cool am Ende dann nochmal so ein Pokémon So ein richtig Mörder-Pokémon dazu zu kriegen Ah, hier ist dieses Haus mit den Familien Schmerz mal hier Schmerz mal hier Elixieren Da brauch ich nicht gegen den Typen da zu kämpfen Ja, ich hab schon genug Zeit, wir bleiben partieren Part Oh, Zertrümmerer Ich hab kein Zertrümmerer Ich hab keinen Zertrümmerer Wo krieg ich Zertrümmerer her Oh, das ist doch scheiße So, jetzt gucken wir immer Wo krieg ich Zertrümmerer Krieg ich hier Zertrümmerer her Gibst du mir Zertrümmerer Hallo der Herr Wuhu Die Leute nennen mich den Zertrümmerer Da 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 Soviel zu dem Thema Aber ich finde den Namen unter meinem Niveau Ich verdiene doch wohl etwas mehr Respekt Man sollte mich Zertrümmerer Meister nennen Wuhu Deine Pokémon sehen wirklich sehr stark aus Das seh ich gern Hier Nimm diese Vm Vm06 Erhalte Speedpack Vm06 in die Vm Tasch Diese Vm enthält Zertrümmerer Wenn du unterwegs auf große Felsbrocken stößt Dann nutze diese Vm um dir den Weg frei zu machen Jawohl Zertrümmerer in der Nässe Das ist meine Devise Wuhu Total der verrückter Mann Na gut wir haben Zertrümmerer Soll ich mich nicht jucken Soll er machen wie er denkt Vm06 War früher in den älteren Teilen Keine Vm Das ist schon Hallo Du Morabell Ernsthaft Lange die Zeit Morabell Soll benutze ich eigentlich nicht nur noch Ne Guck mal Geht weg Tja drum aber Nice Huch Sweet Hallo Hier ist Jutta Jutta Du hör mal Das muss ich dir erzählen Ich habe neulich einen Kampf an Ausgetragen und in der Allerletzten Sekunde verloren Ach das ärgert mich immer noch maßlos Das ist so Das interessiert mich echt Brennend Bombastisch Interessiert mich dass das ist Ne wir helfen erstmal da unten dem Verliebten Paar Das machen wir noch in diesem Part Das ist Die Die Wie soll ich sagen Die Mission dieses Paars Den 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 Verliebten da zu helfen Ihre Steine da weg zu kloppen Wiesenflur bla 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 Schöne Musik Und so weiter Aber ich habe jetzt keine Zeit Nein Das ist doch zu begotzen Flummel Level 5 Yay Das ist ja richtig vertrieben Nein Flucht Jetzt hol mal kurz den Stein weg Ja Mach mal der drüber WUSSCH Wow Du hast den Felsen Der den Weg blockiert Einfach zur drüber Darüber bin ich Überglücklich Und daher möchte ich dir diese VM geben VM 04 erhalten ist doch Blitz oder? Ah Stärke Boah Stärke Wenn ein kräftiges Pokémon diese VM lernt Ist es in der Lage sogar die schwersten Felden zu bewegen Heike Nun kann ich dich jederzeit besuchen Das ist wunderbar Ah Bitte ruhe dich ein bisschen in meinem Haus aus Ah Deswegen Heikes Haus Ach da war die Treppe Na gut Sehe ich ein Ja wir ziehen Na super Das ist auch nicht so berauschend ne Weißt du selber Ferna So Dün-dün 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 Wer bist du? Oh ja ich weiß schon Du bist Speed Heiku hat mir schon viel von dir erzählt Ich bin Heikos Cousine, nett dich kennenzulernen. Ich finde, seit Heiko hier lebt, ist er viel gesünder und lebendiger geworden. Dank dir kann ich meine Freundin jetzt jeden Tag sehen. Ob ich glücklich bin, darauf kannst du wetten. Ja, immer gern. Gar kein Ding. Möchte gern. Da rennen wir nochmal schnell hin. Ja. Mein Gott. Rennst du jetzt mal nach rechts? Jetzt auch unten, rechts, runter, rechts. Rechts, 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 hoch, rechts, 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 rechts. Hallo. Jetzt beende ich hier den Part. Wir sehen uns im nächsten Part von Pokémon Smaragd. Bis dahin. Macht's gut.